Die Natur ist eines der größten Geheimnisse. Vor allem, wenn es um die Frage geht, wie können wir sie besser schützen. Als Verpackungsexperten übernehmen wir Verantwortung. Heute präsentieren wir unsere neueste und nachhaltigste Verpackungslinie für Kosmetik. Rebo – recycelbare Kosmetikbehälter. Zu 95% aus Biomaterialien. Wasserbeständig und geeignet für Lotionen, Cremes, Seren, Feuchtigkeitscremes und vieles mehr. Freundlicher zur Umwelt, facettenreicher in den Möglichkeiten. Erleben Sie die ganze Farbvielfalt in brillanter Qualität, verschiedenen Drucktechniken und hochwertigen Veredelungen. So schafft Rebo große Markenerlebnisse mit einem kleinen CO2-Fußabdruck. Rebo – schützt Ihre Produkte und unsere Natur.